Zusammen glaube ich schon. Sind das schon länger als zwei Jahre sogar? Es müsste jetzt ungefähr zwei Jahre sein. Gib mal ein Resümee. Wie hat sich das entwickelt, Max? Am Anfang hatten wir ja unsere, in Anführungszeichen, Streitigkeiten und mittlerweile bin ich ja, würde ich fast sagen, die treibende Kraft des ganzen Projekts ein bisschen hochgestochen. Ja, ich bin dankbar, an deiner Seite stehen zu dürfen, in deinem Schatten mitzuarbeiten und irgendwie, nein ohne Spaß, ich bin doch recht zufrieden. Es hat sich alles ziemlich gut entwickelt und kann auch genauso weiterlaufen, würde ich mal sagen. Mir ist passend dazu noch eingefallen, du hast gesagt, jetzt seit zwei Jahren sind wir quasi on air auf Sendung. Weißt du, was uns unterscheidet von vielen anderen Podcasts, die schon so lange in Anführungszeichen existieren? Das ist der Umstand, dass wir für unsere Followerschaft gar keinen Spitznamen haben. Irgendwie neigen andere Podcaster ja dazu, einen Teil ihres Namens zu nehmen, ein I ranzuhängen und dann hat man irgendwie den Namen für die Fans, in Anführungszeichen. Die Dunkelkamis. Wie unfassbar schlecht das klingt. Ich glaube, den Gedanken verwerfen wir direkt wieder. Ich finde es eh immer komisch, seine ZuhörerInnen Fans zu nennen. Also ich finde, das Verhältnis ist ja irgendwie doch ein anderes. Also ich finde diese Glorifizierung von irgendwelchen Podcastern, oder YouTubern eh so ein bisschen fragwürdig. Deswegen bleiben wir einfach bei ZuhörerInnen oder Freunden. Vielleicht nennen wir sie einfach Freunde. Oh Gott, okay. Ja, Patrick, gebe ich dir völlig recht. Deswegen habe ich gerade auch Fans in virtuelle Anführungszeichen gesetzt. Was ich noch passend sagen wollte zu den zwei Jahren Arbeit, die wir mittlerweile zusammen hinter uns haben. Das ist heute die 81. Folge. Wir haben jetzt in 81 Folgen relativ häufig dazu aufgerufen, dass man uns bei Instagram folgen kann, Dunkelkammer-Podcast. Aber zu einer anderen Sache haben wir noch nie aufgerufen und dachte ich mir, dass wir das eigentlich heute mal machen können. Und das ist nämlich euch zu sagen, liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast gar nicht so schlecht findet, euch denkt, naja, die beiden Vögel machen das gar nicht so übel und ihr Zeit und Lust habt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne auch mal eine Bewertung dalassen. Das heißt, ich glaube, den Podcast selber direkt kann man nur bei Apple bewerten, bei Apple Podcast. Könnt ihr sehr gerne natürlich machen, aber auch natürlich gerne einfach die App Podimo selber. Da vielleicht auch ein Wort über uns verlieren, dann freuen sich die Leute auf ein Podimo. Man muss ja auch ehrlich sagen, nach zwei Jahren Zusammenarbeit sind wir äußerst zufrieden. Das läuft super und es ist ja vielleicht auch in eurem Interesse, wenn Podimo weiter wächst, wenn die Zusammenarbeit wunderbar funktioniert, dann kann man langfristig gemeinsam planen und deswegen nur der Appell. Wenn ihr da Zeit und Lust habt natürlich, freuen wir uns auch, wenn ihr an entsprechender Stelle eine Bewertung für uns oder die App dalasst. Sehr guter Aufruf, den wir echt noch nie gemacht haben. Danke, Max. Und auch danke an die ZuhörerInnen, wenn sie das tun sollten. Und da würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende des Intros auch angelangt, Max. Wir haben jetzt lange geredet. Eigentlich wollte ich noch von meinen Erfahrungen erzählen bei meinem ersten richtigen Interview face-to-face mit Ingrid Liebs. Aber ich würde sagen, das verlegen wir einfach auf die nächste Staffel. Man braucht ja auch so einen kleinen Aufhänger. Das Interesse der ZuhörerInnen muss ja bestehen bleiben. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach über zu dem Fall, den wir heute besprechen werden. Ja, endlich, wie sich wahrscheinlich die meisten Leute denken werden. Wir sprechen heute zum Abschluss dieser Staffel nochmal über den Wunsch einer Hörerin. Ich hatte gesagt, dass wir zum Ende dieser Staffel vermehrt auf eure Wünsche eingehen, liebe Leute. Und zwar besprechen wir heute das mysteriöse Verschwinden von Gerda Wiese. Eine Dame, die im Jahr 2015 um Nikolaus herum aus ihrem Haus heraus verschwunden ist. Und das Verschwinden ist bis heute nicht aufgeklärt. Das Ganze hat sich in Priborn zugetragen, direkt an der Müritz. Und ja, dann will ich nicht so viel vorwegnehmen weiter, sondern würde das Wort direkt an dich übergeben, Patrick. Danke dir, Max. Du hast es gerade schon gesagt. Der Schauplatz des heutigen Falles ist Priborn. Priborn, ein ganz kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier greift der Spruch, jeder kennt jeden noch besser als in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Denn in Priborn leben gerade einmal 400 Menschen. Wobei wahrscheinlich sogar ein paar weniger, denn du hast gerade auch schon gesagt, Priborn liegt direkt nahe der Müritz, dem größten See Deutschlands. Deswegen gibt es in Priborn auch viele Urlaubswohnungen. Das heißt, die Einwohnerzahl fluktuiert wahrscheinlich auch. Vielleicht kennen einige Priborn sogar, denn Priborn liegt direkt in der Nähe vom Fusion Festival. Fusion Festival ist für Fans von elektronischer Musik. Und wenn einer zuhört, kann er ja gerne mal bei Instagram schreiben, ob er Priborn schon kannte, wenn er schon mal dort gewesen ist. Weil Priborn liegt wirklich direkt dort, neun Minuten ungefähr entfernt von dem Festivalgelände. Unter den 400 Menschen gibt es auch eine Frau namens Gerda Wiese. Die Frau, über die wir heute sprechen werden. Gerda ist 2015 67 Jahre alt und pensionierte Lehrerin. Sie wohnt alleine auf der Dorfstraße und die Dorfstraße führt direkt in den Wald. Und das Haus, in dem Gerda wohnt, ist das vorletzte Priborns. Also das heißt, nach ihrem Haus kommt noch ein Haus, dann eine Landstraße und dann geht es schon über in den Wald. Gerda wohnt ganz allein in dem Haus. Das war nicht immer so. Früher herrschte in dem Haus sogar viel Leben. Denn Gerda hatte einen Ehemann, der aber leider 2002 verstorben ist. Und Kinder hat sie immer noch, aber die sind schon älter und haben schon eigene Kinder. Bis 1991 hat sogar ihre Mama noch mit in dem Haus gewohnt. Diese hat sich aber leider 1991 umgebracht. Also man merkt jetzt schon, dass Gerda kein einfaches Leben hatte. Aber Gerda war auch kein Kind von Traurigkeit. Sie liebte das Leben, auch wenn es ihr schon viel genommen hatte. Der Wald hinter ihr gab ihr auch sehr viel Kraft. Sie liebte ihn. Sie ging eigentlich jeden Tag dort spazieren, joggen oder schnappte sich ihre Wanderstücke und stampfte los, um den Kopf frei zu bekommen. Und außerdem machte sie viel mit ihrer Familie und hat geguckt, dass sie da einen großen Zusammenhalt haben. Mehr als das wissen wir aber leider über Gerda nicht. Was wir aber noch wissen, ist, wie der letzte Tag von ihr verlaufen ist. Und da würde ich den Ball wieder zurück zu dir spielen, Max. Ja, vielen Dank, Patrick. Also wir sind jetzt alle im Bilde, wer Gerda Wiese war oder ist. Wir sprechen jetzt über Samstag, den 5. Dezember 2015. Am nächsten Tag war Nikolaus. Und dafür hatte Gerda Wiese ihren Sohn, ihre Tochter und deren Kinder zum Essen eingeladen. Sie hat am Samstagvormittag mit den Vorbereitungen dafür begonnen, hat Plätzchen gebacken, hat eine Ente zum Auftauen in die Spüle gelegt und dann mit ihrer Tochter telefoniert. Das Abkühlen der Plätzchen und auch das Auftauen der Ente dauerte natürlich so eine gewisse Zeit. Und Gerda Wiese dachte sich, dass sie die Zeit bis dahin nutzt und etwas spazieren geht. Abends war dann eigentlich geplant, dass sie zu einem befreundeten Ehepaar in das Nachbarsdorfe Röbel fährt. Sie wollte da gemeinsam mit denen essen und Karten spielen. Gerda Wieses Haus lag ja direkt am Ortsausgang. Das hat es uns gesagt, Patrick, also das vorletzte Haus, bevor die Priborner Heide beginnt. So ein kleines Waldstück. Dort war sie auch regelmäßig unterwegs, zum Joggen, zum Spazieren oder auch für Nordic Walking. Sie war, glaube ich, auch Mitglied in einem Nordic Walking Club in ihrem Ort in Priborn. Gerda Wiese verließ also das Haus, lief die Dorfstraße hinunter und verschwand im Wald. Einige Stunden später warteten die Freunde in Röbel darauf, dass Gerda Wiese bei ihnen erscheint. Das tat sie aber nicht. Die Freunde haben versucht, sie telefonisch zu erreichen, haben zu Hause angerufen, da ist niemand rangegangen, haben dann auf ihr Handy angerufen. Das war aber offenbar aus, denn dort hat sich nur die Mailbox gemeldet. Das war eigentlich sehr ungewöhnlich und passt auch überhaupt nicht zu Gerda. Normalerweise war es so, dass wenn sie einen Termin hatte und diesen nicht wahrnehmen konnte, dass sie den absagte. Die Freunde wollten aber nicht gleich in Panik verfallen, sondern sie haben sich gesagt, dass sie es erstmal am nächsten Tag nochmal probieren. Das taten sie dann auch, aber Gerda Wiese war immer noch nicht zu erreichen. Also zu Hause ist immer noch niemand rangegangen und das Handy war noch immer aus. Der Mann von diesem befreundeten Pärchen ist dann mit seinem Sohn zum Haus von Gerda gefahren, hat erst geklingelt, es hat aber niemand aufgemacht und dann hat er mit seinem Zweitstüssel die Tür aufgeschlossen. Es hätte ja auch sein können, theoretisch, dass Gerda Wiese einen Unfall hatte, dass sie zu Hause liegt, sich nicht bewegen kann, dass sie Hilfe bräuchte, aber selber nicht den Notruf wählen könnte. Der Mann und sein Sohn haben das Haus also betreten und fanden es leer vor. Die Ente lag noch immer in der Spüle, die Plätzchen lagen noch immer auf dem Tisch und das Bett sah ungenutzt aus. Das heißt, alles wirkte so in diesem Moment, als wenn Gerda Wiese das Haus verlassen hatte und nicht wieder zurückgekehrt war. Der Mann hat sich dann bei Gerdas Sohn gemeldet und hat gesagt, dass dessen Mutter verschwunden wäre. Der Sohn hat noch seiner Schwester Bescheid gesagt, also der Tochter von Gerda und beide Kinder sind dann zum Wohnhaus nach Priborn gefahren. Es war beiden ziemlich schnell klar, dass irgendetwas Schlimmeres passiert sein müsste. Dafür sprach nämlich auch, dass sowohl die Handtasche als auch die Brille noch da waren. Und ohne Brille, das hat die Tochter in Interviews betont, wäre Gerda Wiese quasi blind gewesen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass sie offenbar geplant hatte, das Haus nur für einen kurzen Spaziergang zu verlassen und nicht für längere Zeit. Aber sie war jetzt seit mindestens einem Tag verschwunden. Die Tochter hat dann die Polizei gerufen und dort hat man die Sache ebenfalls recht schnell ernst genommen. Man hat offenbar die Meinung geteilt, dass Gerda etwas zugestoßen sein muss, denn es wurde ziemlich schnell mit der Suche begonnen. Polizistinnen und Polizisten gingen die Waldstrecke ab. Ein Hubschrauber hat mit einer Wärmebildkamera aus der Luft gesucht. Und es kamen auch direkt Suchhunde zum Einsatz. Zunächst war das ein Fährtenhund. Das war bereits am Sonntag, dem 6. Dezember, wenige Stunden nachdem Gerda Wiese als vermisst gemeldet worden war. Und dieser Fährtensuchhund soll tatsächlich eine Fährte gefunden haben. Gefunden und verfolgt. Und zwar vom Wohnhaus direkt in den Wald hinein. Und dort endete die Fährte. Die Hundeführer waren offenbar der Meinung, dass der Hund sich nur von einer Wildschweinfährte hat ablenken lassen. Die Tochter von Gerda Wiese sah das aber ein bisschen anders. Sie hat nämlich gesagt, dass an der Stelle, an der der Hund aufgehört hatte zu suchen, Reifenspuren im Matsch zu sehen waren. Und diese Spuren hätten nahegelegt, dass hier ein Auto sehr rasant bewegt worden wäre. Leider war es so, dass diese Spur nicht weiter verfolgt wurde. Es hatte kurz darauf geregnet. Und bevor die Soko, also die Sonderkommission, sich überhaupt näher mit diesen Spuren beschäftigen konnte, waren diese leider zerstört. Man hörte auch in Interviews mit der Tochter eine ziemlich starke Wut heraus. Verständlicherweise natürlich. Also Wut, dass diese möglichen Beweise nicht frühzeitig gesichert wurden. Beziehungsweise untersucht wurden. Man muss aber auch sagen, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt eher offenbar von der Möglichkeit eines Unfalls ausgegangen war. Also dass Gerda Wiese beim Spazierengehen irgendwie im Wald verunglückt wäre. Es kamen dann auch Flächensuchhunde zum Einsatz. Also Hunde, die nicht nach bestimmten Personen und deren eigenen Gerüchen suchen, sondern die auf einer großen Fläche allgemein nach Menschen suchen. Wie Lawinensuchhunde zum Beispiel. Aber diese Hunde hatten auch keinen Erfolg. Jetzt hatte ich gesagt, dass die Polizei am Sonntag verständigt wurde und auch direkt schon mit der Suche begonnen hatte. Zeitgleich wurde auch schon die Presse verständigt. Und die hat dann über das Verschwinden von Gerda Wiese informiert. Hat also Pressemitteilungen herausgegeben. Auf diese Meldungen reagierte noch am Sonntag ein Mann. Dieser Mann hat sich bei der Polizei gemeldet und hatte einige ziemlich interessante Beobachtungen zu erzählen. Und diese Beobachtungen wird uns jetzt Patrick näher erläutern. Danke Max. Kurz vorweg, die Namen, die wir jetzt gleich benutzen werden, die sind alle fiktiv. Wir haben die Namen geändert, um das Personenrecht von ihnen zu schützen. Der Mann, von dem du gerade gesprochen hast, der sich dann bei der Polizei gemeldet hat, das war tatsächlich ein ehemaliger Schüler von Gerda. Malte hieß er. Und er hat gesagt, dass er Gerda Wiese am frühen Nachmittag des 5. Dezember gesehen hat. Malte wohnt in der Nähe des Waldes. Also wie Gerda auch am Ausgang von Priborn. Und wie gesagt, hat er gesehen, wie Gerda in den Wald gegangen ist. Hinter ihr soll ein Mann gewesen sein, der auch in den Wald gegangen ist. Also in die gleiche Richtung. Aber der Mann war noch ungefähr 50 Meter hinter ihr. Der Mann hatte lange Haare und einen Rucksack auf. Malte hat der Polizei dann auch noch gesagt, dass der Mann Gerda sehr wahrscheinlich überholt hätte, da er schneller gegangen ist als Gerda. Also es wäre auf jeden Fall zu einem Zusammentreffen der beiden gekommen. Und was die Polizei extrem überraschte, war, dass Malte sogar den Namen von dem Mann kannte. Er wusste also ganz genau, wer der Mann war. Und der Name des Mannes war Thorsten. Und diese Beobachtung, die Malte der Polizei mitgeteilt hatte, klang natürlich schon sehr verdächtig. Deswegen haben sie Thorsten vorgeladen und auch befragt. Am Anfang hat er nicht erzählt, dass er Gerda gesehen hatte, aber auf Nachfrage hin hat er dann doch zugegeben, Gerda gesehen zu haben. Und tatsächlich hätten die beiden sogar kurz miteinander geredet über nichts Brisantes oder irgendetwas Wichtiges. Aber sie haben miteinander geredet. Und das hat Thorsten erst auf Nachfrage der Polizei überhaupt gesagt, was meiner Meinung nach schon sehr merkwürdig ist. Er hat dann aber auch gesagt, dass sie danach dann beide getrennte Wege gegangen sind, weil er selber auch einfach nur im Wald spazieren gehen wollte. Später hat er dann noch gesagt, dass er gesehen hätte, wie Gerda in einen dunklen Kombi gestiegen sei. Das wäre auf der L241 gewesen. Und die L241, die liegt nicht im Wald, sondern etwas außerhalb. Da haben Max und ich auch schon drüber geredet. Die Stelle, wo Gerda dann in den dunklen Kombi gestiegen sein soll, die macht irgendwie wenig Sinn. Aber das sei erstmal dahingestellt, da werden wir später wahrscheinlich nochmal drüber reden. Zu dem dunklen Kombi konnte Thorsten aber nicht viel mehr sagen. Also er wusste nicht, von welcher Marke das Auto war, welche Farbe es genau hatte und ob eine oder mehrere Personen drin gesessen haben. Letztere Aussage hat der Polizei dann nicht viel geholfen. Sie haben dadurch natürlich die Möglichkeit einer Entführung wahrscheinlich in Betracht gezogen, aber es gab keine handfesten Hinweise. Es hat sich dann auch noch ein Jäger bei der Polizei gemeldet. Er sei zu dem Zeitpunkt auch im Wald gewesen und hätte auf einem Hochsitz gesessen. Er hätte Gerda aber nicht gesehen. Wen er aber gesehen hat, das war Thorsten. Beziehungsweise er kannte Thorsten nicht. Er hat eine Person gesehen, die auf die Beschreibung von Thorsten passte. Also ein Mann mit langen Haaren und einem Rucksack auf. Dann gab es auch noch eine letzte Zeugin, die sich erst später gemeldet hat bei der Polizei, also auch noch im Dezember. Sie sagte der Polizei, dass sie in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember gegen 2 Uhr nachts im Wald unterwegs gewesen wäre und dabei eine Beobachtung gemacht hätte, die vielleicht für die Ermittlungen der Polizei wichtig sein könnten. Sie hat nämlich gesehen, 13 Stunden nach Gerdas Verschwinden, wie ein Fahrzeug mit ausgeschlagenen durch den Wald gefahren ist beziehungsweise aus dem Wald herausgefahren ist. Das Auto sei langsam gefahren und weil das Auto das Licht ausgeschaltet hat, konnte die Zeugin leider nichts anderes erkennen. Also sie konnte weder die Person erkennen, die das Auto gefahren ist, noch die genaue Farbe des Kombis. Also sie sagte dann zwar, dass es ein silberfarbener Kombi gewesen sei, aber bei der Dunkelheit um 2 Uhr nachts kann man sich da natürlich auch nicht hundertprozentig sicher sein. Und das war ja auch tatsächlich das zweite Mal, dass ein Kombi erwähnt wurde. Wir erinnern uns, Thorsten hat auch gesagt, dass sie in einen dunklen Kombi gestiegen sei. Die Polizei hat die Verbindung natürlich auch direkt gesehen und hat überlegt, ob dieser Kombi eventuell der gleiche Kombi sein könnte, in dem Gerda vermeintlicherweise gegen Nachmittag gestiegen ist. Eine Antwort auf die Frage hat man bis heute leider nicht. Aber es würde zumindest zu den Beobachtungen, die die Tochter gemacht hat, also die Reifenspulen, die Max eben schon beschrieben hat, dazu würde es auf jeden Fall passen. Die Polizei hat dann ermittelt und hat dann tatsächlich Malte und Thorsten zu den Hauptverdächtigen im Fall von Gerda Wiese gemacht. Also die Soko wurde am 9. Dezember dann gegründet. Das war auch ein Grund, warum die Reifenspuren nicht untersucht werden konnten. Das hatte Max ja auch schon gesagt. Weil es geregnet hatte und die Soko erst drei Tage später gegründet wurde, weil die Polizei erst dann wirklich davon ausgegangen ist oder zumindest die Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen hat, dass Gerda einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Polizei hat die zwei Verdächtigen, Malte und Thorsten, dann genauer unter die Lupe genommen, hat tatsächlich auch die Grundstücke von den beiden untersucht, die Garage, das Haus, konnte aber leider nichts finden. Die Hoffnung war anfänglich wirklich groß, aber die Ernüchterung noch größer. Eigentlich hatte die Polizei damit dann wieder gar keine Hinweise. Wobei man sagen muss, dass gerade Thorsten, der auch der Hauptverdächtige war, also beide waren die Hauptverdächtigen, aber Thorsten war noch näher im Fokus der Ermittler, Tochter hat gesagt, dass die Mama von ihr, also Gerda Wiese, Angst vor Thorsten gehabt hätte, weil er war ein Schüler von ihr, er war damals schlecht in der Schule, er kam anscheinend nicht aus dem besten Elternhaus und hatte eine Statur, die Gerda Wiese Angst gemacht hat. Das hat Gerda Wiese ihrer Tochter auch erzählt gehabt. Das würde natürlich oder hat wahrscheinlich auch bei den Ermittlungen der Polizei eine Rolle gespielt, aber wie schon gesagt, konnten keine Beweise dafür gefunden werden, dass Thorsten etwas mit dem Verbrechen an Gerda Wiese zu tun hat. Tatsächlich ist Thorsten später aber nochmal in den Fokus der Ermittler gerückt. Das war im Mai 2020, denn er hat in Priborn für Chaos gesorgt. Er hat anscheinend irgendwie die Feuerwehrsirene ausgelöst und hat danach jeden, der zu ihm kam und gesagt hat, dass er aufhören soll, mit dem Tod bedroht. Währenddessen hat er eine selbstgebaute Machete mit einer Klingenlänge von über 40 Zentimetern in der Hand gehalten und sogar Polizisten bedroht und sogar gesagt, dass er sie töten wird, wenn sie näher kommen. Die Polizei hat es dann natürlich trotzdem geschafft, ihn zu überwältigen und sicherzustellen und Thorsten ist danach in die Psychiatrie in Röbel eingewiesen worden. Im gleichen Zuge wird die Polizei ihn wahrscheinlich nochmal unter die Lupe genommen haben, wahrscheinlich nochmal das Haus untersucht haben, aber es konnte wieder nichts gefunden werden. Es konnte ihm immer noch keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Und das waren tatsächlich die einzigen Verdächtigen im Fall von Gerda Wiese, die aber nach kurzer Untersuchung leider beiseite gelegt werden mussten und die Ermittler damit wieder an den Anfang gebracht haben. Max hat es schon gesagt, die Suche war von Anfang an groß und die Suche ist tatsächlich und es wurde auch tatsächlich unaufhörlich weiter nach Gerda gesucht. Also zum Beispiel am 15. Dezember wurden extra Spezialtaucher engagiert, die Wasserlärche, Teiche und Gräber abgesucht haben. Aber es konnte auch bis zum 23. Dezember, wo weitere große Suchaktionen durchgeführt wurden mit unzähligen freiwilligen Beamten und auch Feuerwehrmännern, konnte keine Spur von Gerda gefunden werden. Also es war wie so oft in so vermissten Fällen, als wäre Gerda vom Erdboden verschluckt worden. Es gab wirklich keine einzige Spur, die irgendwie auf ihren Aufenthaltsort hindeuten würde. Also die einzige Spur, die es gegeben hat, war wahrscheinlich die Spur, die nur die Tochter und ihr Bruder gesehen haben, also die Reifenspuren, die aber leider nicht von der Soko aufgenommen und untersucht wurden. Und das muss unglaublich frustrierend gewesen sein, denn es wurden insgesamt 900 Hektar in und um Priebon abgesucht. Und nachdem das alles getan wurde, sagte irgendwann eine Polizeisprecherin auch Folgendes. Es tut uns leid, wir haben keine Anhaltspunkte mehr, wo wir suchen können. Und daraufhin wurde die Suche nach Gerda Wiese auch eingestellt. Erst im Februar 2016 wurde der Fall von Gerda Wiese nochmal aufgerollt, beziehungsweise es wurde Aufmerksamkeit auf den Fall geworfen, weil die Sendung Kripo Live im NDR den Fall von Gerda Wiese thematisiert hat. Und tatsächlich hat sie den Fall aber so thematisiert, dass die Staatsanwaltschaft sich einschalten musste und eine Pressemitteilung rausgeben musste, weil das MDR die Szenen so dargestellt hat, als wäre es sicher, dass Gerda in ein dunkles Auto gezerrt worden wäre. Man kann davon ausgehen, dass das so passiert ist, weil es letztendlich zwei Zeugen gesehen haben oder zumindest zwei Zeugen ein Auto im Wald gesehen haben zu der Zeit, als Gerda Wiese dort unterwegs gewesen ist. Aber das MDR hat es so dargestellt, als wäre es sicher, dass Gerda Wiese entführt wurde. Und das stimmte nicht. Und genau das hat die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung dann auch gesagt und hat gleichzeitig auch noch ein Update zu dem Fall gegeben beziehungsweise kein Update, denn es gäbe immer noch keine neuen Spuren im Fall von Gerda Wiese. Letzte Suchmaßnahme gab es eigentlich im März 2016, also einen Monat später, denn durch die Medienwirksamkeit gab es nochmal einen Tipp aus der Bevölkerung. Und dadurch wurde eine weitere Suche gestartet. Es wurde ein See bei Röbel mit Sonar abgesucht. Also Röbel war ja auch der Ort, wo sie eigentlich zum Kartenspielen eingeladen war, bei der Freundin. Und das Sonar hat tatsächlich auch angeschlagen, beziehungsweise es wurden mehrere Schatten gefunden auf dem Grund des Sees. Das können manchmal menschliche Überreste sein, weswegen anfänglich auch wieder ein bisschen Hoffnung bestand. Aber im Endeffekt waren es nur Äste. Also Gerda Wiese wurde nicht gefunden und dementsprechend ist Gerda Wiese bis heute noch verschwunden. Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Ja, was man zu den Ermittlungen noch ergänzen muss, ist der Umstand, ich hatte ja gesagt, was im Haus gefunden wurde, was zurückgelassen wurde von Gerda Wiese vorm Spaziergang, nämlich ihre Handtasche und ihre Brille. Beides Utensilien, die eigentlich dafür sprechen, dass sie nicht länger wegbleiben wollte. Aber ein Gegenstand hat auch gefehlt und das war ihr Handy. Jetzt fragt man sich natürlich, hat man nicht probiert, dieses Handy zu orten? Hat man geschaut, wann es sich zuletzt in welche Funkzelle eingeloggt hat? Und das hat man natürlich gemacht bei den Ermittlungen und hat festgestellt, dieses Handy wurde am frühen Nachmittag des 5. Dezember 2015 ausgeschaltet. Mit anderen Worten, das Handy war aus, kurz nach dem Gerda Wiese zum Spazierengehen aufgebrochen ist. Da kann man sich natürlich schon fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie dort einen Unfall hatte und dieses Handy vielleicht dabei so stark beschädigt wurde, dass es ausgegangen ist, vielleicht mit Wasser in Kontakt kam oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bewusst ausgeschaltet wurde. Aber das können wir bei den Theorien dann später nochmal etwas genauer erörtern. Ja Patrick, du hast uns jetzt sehr ausgiebig von den Ermittlungen erzählt und leider muss man ja festhalten, dass diese bis heute zu keinem Ergebnis geführt haben. Also Gerda Wiese ist bis heute verschwunden. Die Tochter von ihr mit Namen Uta W. Die hat im Jahr 2021 ein Interview gegeben und zwar einem Journalisten und YouTuber namens Bastian Schlüter. Vielleicht ist das Interview nicht die korrekte Bezeichnung, sie wurde besser gesagt mit der Kamera begleitet und sie hat dabei auf einige interessante Probleme aufmerksam gemacht. Probleme, die man vielleicht gar nicht so an erster Stelle mit solch einem vermissten Fall assoziiert als Außenstehender. Es war so bei diesem Interview, dass die Mutter seit knapp über sechs Jahren verschwunden war und die Polizei geht ja bis heute von einem Tötungsverbrechen aus und sucht deswegen auch seit 2018 nicht mehr nach Gerda Wiese. Gleichzeitig ist es so, dass Gerda Wiese aber nicht für tot erklärt wird. Die Kinder von ihr haben das mehrmals probiert per Antrag irgendwie zu erwirken, aber das Amtsgericht hat diese Anträge abgelehnt. Es ist so, dass sich die Familie, also die Kinder insbesondere von Gerda Wiese natürlich längst damit abgefunden haben, dass ihre Mutter nicht mehr im Leben ist. Dafür spricht einfach zu viel. Also dieses Nicht-Melden im Zusammenhang mit der eigentlichen Zuverlässigkeit, die Gerda Wiese immer gezeigt hat. Das heißt, sie würden natürlich irgendwo auch diese Ungewissheit gerne abstellen und mit ihrer Trauer auch irgendwo abschließen. Aber nicht nur das, sondern sie würden auch gerne einige bürokratische Hürden nehmen, die sie immer noch haben aktuell. Es ist so, dass zumindest in Deutschland eine vermisste Person eigentlich erst nach zehn Jahren für tot erklärt werden kann und dann rückwirkend um fünf Jahre. Ausnahmen gibt es nur bei so speziellen Fällen wie Flugzeugabsturz oder auch wenn jemand von einem Schiff gefallen ist oder so. Dadurch, dass Gerda Wiese aber nicht für tot erklärt wird, ist es für ihre Kinder äußerst umständlich, das Haus zu verwalten. Also heute wohnt der Sohn von Uta W., also Gerda Wieses Enkel, in diesem Haus. Er ist von Kiel nach Priborn gezogen, arbeitet dort heute. Er kann aber an diesem Haus keine Änderung vornehmen, weil er selber nicht im Grundbuch steht. Da steht halt nur Gerda Wiese. Man muss dazu auch sagen, dass so ein Haus natürlich irgendwie auch unterhalten werden muss. Also es muss instand gehalten werden und das kostet. Und Nicht-Eigentümer, also Menschen, die nicht im Grundbuch eingetragen sind, die können diese Kosten nicht von der Steuer absetzen. Das heißt mit anderen Worten, dass die Familie von Gerda Wiese nicht nur psychisch, emotional mit ihrem vermeintlichen Tod belastet wird, sondern zumindest zu teilen, auch finanziell. Ist natürlich kein ganz leichtes Thema. Ich empfehle jedem, wie gesagt, diese Doku auf YouTube anzuschauen. Ich glaube, der Kanal heißt Crime Spot Doku. Da kann man sich ein eigenes Bild machen. Also schwierig deswegen, weil einige vielleicht hier auch den Eindruck erhalten, dass es der Familie, den Nachkommen von Gerda Wiese irgendwie um Geld ginge und dass das natürlich in dieser Situation relativ unangemessen wäre. Aber wenn man die Tochter in dem Interview hört, dann ist das gar nicht so. Dann ist das eine Frau, eine sehr, sehr starke, bewundernswerte Frau, die irgendwie versucht, mit diesem Schicksal klarzukommen und das zu managen. Und man muss ja auch sagen, dass dieses Thema für sie schwierig ist. Die Verarbeitung des Verschwindens ihrer Mutter, das liegt ja nicht nur an dem Fall selber, sondern sie hat auch persönliche Rückschläge erlitten. Es ist ja so, dass ihre Mutter im Dezember 2015 verschwunden ist. Und während Uta W. sich mit den Folgen von diesem Verschwinden auseinandersetzen muss, sie und ihr Bruder, bekam sie im Jahr 2016 auch noch Brustkrebs. Und man muss wirklich sagen, das ist herzerreißend, wie sie im Interview sich dazu äußert und wirklich sagt, sie hatte eigentlich gar keine Zeit für diesen Krebs. Also es ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Ich war da vielleicht auch selber besonders getriggert, weil ich im engsten Umfeld auch Menschen hatte, die an Krebs litten und wenn man das hört, wie eine Frau da sitzt und wirklich mit dem möglichen Tod ihrer Mutter konfrontiert ist und gleichzeitig auch noch an so einer Krankheit leidet, das ist wirklich hart. Kriege ich gerade auch wieder Gänsehaut. Also wirklich empfehlenswert die Doku oder das Begleiten. Ja, total. Also man kann festhalten, die Aufarbeitung ist leider bis heute schwierig. Es liegt natürlich irgendwo auf der Hand, dass Gerda Wiese nicht mehr am Leben ist. Das muss man wohl so festhalten. Also dafür spricht einfach zu viel die Art und Weise, wie sie das Haus verlassen hat, dass sie gar kein Lebenszeichen mehr seitdem von sich gegeben hat, dass sie, ich glaube, das hatten wir bisher nicht erwähnt, ja auch überhaupt nicht irgendwie suizidgefährdet war, wenn wir vielleicht bei den Theorien gleich noch etwas näher erläutern. Gleichzeitig ist es so, dass seit 2018 nicht mehr nach ihr gesucht wird. Wie gesagt, die Polizei geht von einem Tötungsverbrechen aus. Sie darf aber noch nicht für tot erklärt werden und niemand weiß, was mit ihr passiert ist. So, das ist der aktuelle Stand. Natürlich äußerst schwierig. Man muss aber klar sagen, ich hatte gerade erwähnt, niemand weiß, was mit ihr passiert ist. Die Tochter selber, Uta W., die hat ja eine ganz klare Meinung. Die hat sie auch in Interviews immer wieder vertreten, auch bis heute. Nämlich, und damit sind wir bei den Theorien, dass ihre Mutter entführt wurde. Dafür spricht aus ihrer Sicht einmal die Spur, die der Fährtenhund gefunden hatte, einen Tag nach dem Verschwinden und dafür sprechen andererseits die Aussagen, die du erwähnt hattest, Patrick, die Aussagen von den beiden Zeugen bzw. Tatverdächtigen. Uta W. denkt ja, dass diese beiden Männer wissen, was passiert ist. Also, dass sie entweder die Entführer kannten oder dass sie Augenzeugen der Entführung wurden. Gleichzeitig würden sie aber nicht darüber sprechen, würden das nicht aufklären, weil sie offenbar Angst haben. Genau, sie glaubt nicht, dass die Tatverdächtigen ihre Mutter umgebracht haben, aber sie glaubt, dass sie Mitwisser sind. Wie siehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Glaubst du, dass diese Tatverdächtigen wirklich etwas damit zu tun haben? Also, ich kann mir das auf jeden Fall bei Torsten vorstellen. Wir haben ja leider nicht alle Ermittlungsakten vorliegen, wir haben nur die Aussagen, die öffentlich zur Verfügung stehen und wir wissen, dass Torsten zur gleichen Zeit wie Gerda Wiese im Wald war, dass die beiden sogar kurz miteinander gesprochen haben und wir wissen durch die Aussage von Malte, dass Torsten auch einen Rucksack aufhatte. Und das hast du ja tatsächlich auch gesagt, warum, also, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist, dass der einen kleinen Spaziergang macht, das hat er selber gesagt, in den Wald und dabei dann einen Rucksack dabei hat. Das klingt ja fast schon so, als würde es perfekt zu der Theorie von Gerdas Tochter passen, nämlich, dass da eventuell irgendeine Drogenübergabe war, vielleicht auch ein großer Drogendeal, dass er einfach nur ein Läufer war, da sein kleinen Anteil an Drogen mitgenommen hat, aber zu dem Zeitpunkt im Wald extrem viele Drogen waren und Gerda das eventuell mitbekommen hat, gesehen hat und der große Dealer Gerda gesehen hat und sie leider Opfer von ihm dann wurde, weil er Angst hatte, dass Gerda das Ganze an die Polizei weitergeben würde. Und in diesem Fall wäre es ja dann so, dass Thorsten einfach zu große Angst vor der Person hat, die ihm Drogen verkauft hat und er deswegen nichts genaueres sagt. Weil, wie war das Sprichwort nochmal, was genannt wurde, was die Tochter von Gerda gesagt hatte? Die Tochter Uta W., die hatte mit ihrem Bruder einen der Tatverdächtigen besucht, das sagt sie auch in diesem Interview auf Crime Spot Doku und dieser Mann soll ihr gesagt haben, etwas in der Art wie, wenn man lang genug den Laubhaufen bedrängt, aufscheucht, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, dann kommt der Igel zum Vorschein. Genau, also das klingt ja so, als wenn sie schon auf der richtigen Fährte wären und einfach noch ein bisschen weitersuchen müssten, um den Täter beziehungsweise den Mörder ihrer Mutter zu finden und die Spuren, die wir anfänglich erwähnt haben, die leider nicht von der Soko aufgenommen wurden, die passen natürlich auch irgendwie dazu. Also, ich glaube, Uta da auf jeden Fall auch, dass die Spuren da gewesen sind. Ich glaube, das war einfach, wie sie selbst sagt, dass ihre Mutter zur falschen Zeit am falschen Ort war und leider war die Soko oder wurde die Soko auch etwas zu spät gegründet. Dafür kann die Polizei natürlich nichts, weil der Fall sieht jetzt anfänglich nicht unbedingt nach einem Tötungs- oder Verbrechen aus und ja, leider war das auch ein bisschen zu spät, weswegen dann auch noch im Zusammenspiel mit dem Regen, der die Spuren ja dann auch verwischt hat oder die möglichen forensischen Spuren auch zerstört hat, das war natürlich ein weiteres Unglück in dem Fall dann. Also, ich kann absolut nachvollziehen, warum sie das gedacht hat, weil alle anderen Theorien ja auch so wenig Sinn machen. Also, du hast gerade schon gesagt, ein Selbstmord steht eigentlich außer Frage. Sie war ein sehr lebensbejahender Mensch, hat jeden Tag Sport gemacht, hatte Freunde, war ja sogar verabredet zum Kartenspielen in Röbel, hat allgemein sehr viel Karten gespielt, hat sich gleichzeitig auch viel ums Haus gekümmert, hat ja auch am nächsten Tag die Familie eingeladen, für sie Essen vorbereitet, hat gerade die Ente erst aus dem Gefrierer geholt. Das heißt, sie war, sie hatte ja einen Lebensinhalt, hatte Aufgaben im Leben, trotz des Todes ihres Mannes und Tochter betont immer wieder, also Uta betont immer wieder, dass ihre Mutter auf gar keinen Fall selbstmordgefährdet gewesen ist, weil sie weiß ja auch sehr wahrscheinlich durch den Selbstmord ihrer Mutter, was das für Konsequenzen in der Familie nach sich zieht. Also, deswegen, der Selbstmord oder die Theorie eines Selbstmordes steht außer Frage und ein Unfall steht eigentlich auch außer Frage. Es wurden 900 Hektar abgesucht, gerade der Wald direkt bei ihr um die Ecke, das Waldstück, das wurde unzählige Male abgesucht, auch Uta geht heute noch öfters dort entlang, nie alleine, sagt sie, aber sie geht dort manchmal entlang und es wurde ja nichts gefunden. Also, wenn sie gefallen wäre, dann wäre das ja wahrscheinlich auf einem Abschnitt oder auf einem Weg gewesen, der öfters gegangen wird oder begangen wird und das ist nicht der Fall gewesen. Es kam dann noch die Theorie auf, dass sie eventuell freiwillig gegangen ist, dass sie jemanden kennengelernt hat und deswegen das Leben hinter sich gelassen hat, aber auch dafür gibt es keine Ansätze. Also ihre E-Mails, Internet, Facebook, alles wurde durchsucht und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie irgendwen kennengelernt hat und auch die Fakten, die ich gerade schon genannt habe, die sprechen ja auch dagegen. Sie hatte ein schönes Leben in Priborn, hatte ein Haus, Kinder, Enkel, es macht einfach keinen Sinn. Die einzige Theorie, die Sinn macht, ist eigentlich die Theorie von Uta selbst, was hier entführt wurde. Genau das dachte ich mir auch. Du hast jetzt gerade schon sehr ausschweifend zu den verschiedenen Theorien etwas gesagt. Ich wollte eigentlich erstmal etwas zu dieser möglichen Drogentheorie ausführen, weil das tatsächlich auch etwas war, wo ich mir bei der Recherche dachte, naja, was spricht denn dafür? Also findet man vielleicht auch in Zeitungsberichten irgendetwas über die Kriminalität im Bereich der Müritz? Ist da irgendwas bekannt? Gerade auch in diesem Zeitraum? Und du hattest uns ja anfangs gesagt, Patrick, dass Priborn in direkter Nähe zum Gelände der Fusion liegt. Also dieser Flugplatz, wo dieses riesige Festival jeden Sommer abgehalten wird. Und ein Festival, wo natürlich auch allerlei verschiedene Drogen konsumiert werden. Das würde natürlich in der Theorie zumindest erstmal zu der Möglichkeit, dass hier ein Drogenhandel stattgefunden hat, passen. Ich habe auch einige interessante Sachen gefunden. Es war so, dass an einem Wochenende, Anfang Juli 2015, also so ein knappes halbes Jahr, bevor Gerda Wiese verschwand, da ist in der Nähe von Priborn etwas passiert. Ungefähr neun Kilometer Luftlinie entfernt von Priborn befindet sich der Ort Miro. Dort gibt es einen Campingplatz und an diesem Wochenende haben sich die Camper dort ziemlich gewundert, denn es fing an, Geld zu regnen. Auf diesem Campingplatz war eine alte Eiche und in dieser Eiche war Geld versteckt. Insgesamt, ich glaube, fast 200.000 Euro und zwar versteckt in einem alten Wasserrohr, das wurde an den Enden zugeklebt und dann in 13 Metern Höhe am Baum befestigt. Das ist auch nur aufgefallen, weil sich das Klebeband wegen der Hitze im Sommer gelöst hatte und dadurch ist das Geld dann rausgefallen. Es gab ziemlich früh Spekulationen, dass es sich hier vielleicht um Drogengeld gehandelt hat. Also ein Versteck, in dem Geld deponiert wurde, das aus Drogenhandel stammt. Und dieses Versteck war auch ziemlich nah am Gelände der Fusion. Und ich glaube auch auf einer Landstraße oder in der Nähe einer Landstraße, die direkt zum Fusion-Gelände führt. Also vielleicht gar keine so abwegige Vorstellung. Nur eine Woche nach diesem Geldfund brannte in Maru ein Haus nieder. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage oder ich zumindest bei der Recherche, wurden hier vielleicht Spuren beseitigt? Handelt es sich hier vielleicht um organisierte Kriminalität? Werden hier vielleicht öfters Drogen oder Geldscheine an der Möhre versteckt? Und hat Gerda Wiese vielleicht Menschen beobachtet, die gerade genau damit beschäftigt waren? Also etwas zu verstecken oder miteinander zu handeln? Ich kann aber, um es jetzt auch mal abzukürzen, diesen Fall auflösen. tatsächlich wurde das Geld von einem Unternehmer versteckt, einem Mann, dem auch der Campingplatz gehört. Der befand sich damals irgendwie in einem Streit, in einem Scheidungskrieg mit seiner Frau. Er hat nach einem Streit dann das gemeinsame Haus abgefackelt und hat vorher noch 200.000 Euro in Bar weggeschafft, versteckt, damit diese bei einer möglichen Vermögensteilung bei der Scheidung nicht berücksichtigt werden können. Also dieser Fall hatte offenbar nichts damit zu tun. Das heißt aber nicht, dass es an der Müritz keinen Drogenhandel gäbe. Es ist so, dass im Juni 2018 in der Umgebung um die Müritz herum eine Großrazzia stattfand, nämlich um eine Bande von Drogenhändlern hochzunehmen. Es wurden damals insgesamt 15 Objekte durchsucht, nicht nur direkt an der Müritz, sondern auch in Hamburg und auch in Sachsen-Anhalt. Dabei kamen damals 160 Polizisten zum Einsatz und am Ende gab es zehn Festnahmen. Die Leute wurden damals auch zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Anführer dieser Bande wohnte im Ort Waren, direkt am See, nördlich der Müritz. Zu den Gebieten, in denen Handel betrieben wurde, zählte auch der Ort Rheinsberg. Und wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, dann sieht man, Waren liegt, wie gesagt, nördlich der Müritz und Rheinsberg liegt südlich der Müritz. Und mitten auf dem Weg zwischen diesen beiden Ortschaften liegt Priborn. Priborn und die Priborner Heide. Also der Weg führt direkt über die L241. Genau die Landstraße, an der Gerder Wiese angeblich in ein Auto gestiegen sein soll. Man muss sagen, der Drogenhandel dieser Bande soll offiziell zumindest erst nach 2015 begonnen haben. Aber ich selber denke mir halt, naja, die Nachfrage entsteht ja nicht aus dem Nichts. Also wer weiß, wer auch schon vorher was vertickt hat in dieser Gegend. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es möglich, dass Gerda Wiese bei ihrem Waldspaziergang vielleicht Drogenkuriere überrascht hat? Bei was auch immer, Geld verstecken, Drogen verstecken oder handeln? Und wurde sie, weil sie eine Zeugin wurde, genau deswegen beseitigt? Und hat dieser Zeuge, den wir hier Thorsten nennen, also der mit dem Rucksack, hat der etwas damit zu tun? Also wieso, das hattest du ja schon gefragt, Patrick, wieso geht man mit einem Rucksack alleine im Wald spazieren? Das ist natürlich jetzt ja kein super belastender Umstand, aber bei mir ist es zumindest so, ich bin fast jeden Tag im Wald spazieren und ich habe nie einen Rucksack dabei. Und auch andere Spaziergänger, die ich sehe, haben keinen Rucksack dabei. Könnte man vielleicht nachvollziehen, wenn man mit der Familie zusammen spazieren geht, vielleicht ein Picknick machen möchte oder Trinkflaschen für Kinder dabei hat oder so, aber ganz alleine, wenn man nicht Pilze sammelt oder sowas, sondern einfach nur spazieren möchte, ich weiß es nicht. Ja, ich sehe das ja genau wie du. Also ich finde es auch in Anführungszeichen belastend und gerade mit der Geschichte, die du uns gerade erzählt hast, also die macht ja auch voll Sinn, Nachfrage kommt nicht von irgendwo, da wird ja vorher schon irgendwas gewesen sein und gerade mit dem Gelände der Fusion, also ich habe ein paar Kollegen, die schon da gewesen sind und das ist ja wirklich sowas wie eine Parallelgesellschaft da, die Aufpasser, die lassen dich da ja auch Drogen konsumieren und so, da muss ja auch wirklich extrem viel konsumiert werden und wahrscheinlich in diesem Zuge ist da diese Nachfrage entstanden und wer weiß, was für Mengen dann in diesem Waldstück da eventuell an die ganzen Läufer weitergegeben wurde, also ich finde es macht schon Sinn, also es ist zumindest eine mögliche Theorie und wahrscheinlich die Theorie, die ich und ja auch Uta für am sinnvollsten oder am wahrscheinlichsten erachten. Ja, was man vielleicht noch festhalten muss hier ist, dass es uns natürlich nicht darum geht, die Fusion zu kriminalisieren, also uns ist natürlich auch klar, liebe Leute, dass auch von euch einige Leute jedes Jahr dort hingehen, das geht nicht darum, hier irgendwie dieses Festival zu kriminalisieren, sondern es ist rein beschreibend gemeint, dass man natürlich irgendwo aus dem Umstand, dass dort Drohungen konsumiert werden, man davon ausgehen kann und wahrscheinlich auch muss, dass dort Handel betrieben wird. Ja, der Endkonsument von Drogen ist ja auch nicht der, der kriminell ist, einfach die ganzen Strukturen bei so großen Mengen, die dann verschifft werden, da sind ja dann einfach dubiose Beschaffungsmaßnahmen und insgesamt ist das Ganze fällt ja von kriminellen Strukturen durchzogen. Natürlich wollen wir hier niemanden schämen, der Drogen konsumiert. Aber weißt du, was ich bei dieser Drogentheorie noch ein bisschen merkwürdig finde, was ich mir nicht ganz erschließt? Wir wissen, Gerda Wiese wollte spazieren gehen. Also wir können davon ausgehen, dass sie sich auf ihrer gewohnten Strecke befand, vermutlich ein angelegter Weg, also so ein Waldweg. Sie war keine Pilzsammlerin, sie hatte keinen Grund irgendwie, ja, tiefer abseits der Wege in den Wald hinein zu gehen und ich frage mich halt, wie schlüssig ist es, dass am helllichen Tag, ich meine es war Samstag Nachmittag, dass am helllichen Tag irgendein Drogenhandel dort stattfindet und zwar in Sichtweite direkt zum Weg, wo Spaziergänger lang gehen. Ist das plausibel oder müssen wir davon ausgehen, dass wir hier mit überaus unvorsichtigen Kriminellen zu tun haben? Also das hatten wir ja schon erwähnt, ganz am Anfang habe ich gesagt, dass wir eventuell nochmal darauf eingehen, dass wir beide das sehr merkwürdig finden und das Ganze beruht ja nur auf der Zeugenaussage von Malte, ne? Also das ist die Frage, wie gut konnte er sich daran erinnern, hat er, er hat ja auch als Tatverdächtiger gegolten und auch Uta sieht ihn als verdächtigend oder zumindest als Mitwisser, wer weiß, was er gesagt hat, um von sich abzulenken, um die Ermittler in eine ganz andere Richtung irgendwie zu schicken und dieses mögliche Drogengeschäft nicht als Theorie bei den Ermittlern aufkommen zu lassen. Aber meinst du jetzt Malte oder meinst du Thorsten? Die Beobacht, ach nee, das war Thorsten, Thorsten meine ich. Thorsten ist der mit dem Rucksack gewesen, der hinter Gerda Wies hinterher lief, genau. Du meinst, dass der quasi fälschlicherweise ausgesagt hat, dass sie in ein Fahrzeug gestiegen wäre, um zu verdecken, was er selber dort vielleicht gemacht hat? Ja, genau. Das ist möglich, können wir nicht ausschließen. Aber ich meine, worauf wir uns einigen können vermutlich ist, was ja auch die Polizei sagt, dass hier ein Tötungsverbrechen stattgefunden hat, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also alle anderen Theorien halte ich für unwahrscheinlich. Du ja genauso. Und ja, ich bin mal gespannt, was die ZuhörerInnen dazu sagen werden. Wie immer könnt ihr das gerne auf dunkelkammer unterstrich podcast bei Instagram zukommen lassen. Ich bin gespannt. Könnt ihr ja nochmal eine Umfrage machen, nur ist das jetzt auch bei Timothy Pitsen gemacht. Fand ich sehr interessant. Und das gleiche würde ich bei Gerda auch gerne wissen. Wobei ich glaube, dass hier die Antworten nicht ganz so divers sein werden wie bei Timothy Pitsen. da blieb dann doch ein bisschen mehr offen noch. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende der Podcast Episode angekommen. Nicht nur das, sondern auch am Ende der Season. Max, möchtest du noch irgendwas sagen? Und wenn nicht, dann würde ich mich verabschieden. Ich würde etwas sagen, wenn du bereit wärst, das letzte Wort danach zu haben. Na gut, dann machen wir das so diesmal. Komm, zum Ende hin. Jeder Neuanfang, Max, da muss was geändert werden. Wir müssen hier nochmal ein Callback zu dem Gedicht am Anfang der Podcast-Folge ziehen. Okay, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wiederhole nochmal, was ich eingangs gesagt hatte. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr auch mit Podimo zufrieden seid, lasst sehr gerne eine Bewertung da, eine Rezension im Google Play Store oder bei Apple Podcast. Würden wir uns alle super freuen. Ist natürlich auch in unserem Interesse, wenn Podimo weiter wächst. Das bedeutet, dass die Zusammenarbeit längerfristig geplant werden kann. das weiterhin alles zu eurer Zufriedenheit abläuft. Und dann habe ich eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit, wie gesagt. Und danke auch an dich, Patrick, für 24 wunderbare Folgen, die ich mit dir zusammen produzieren durfte. Ich freue mich auf weitere 24 Folgen und bin traurig, dass wir jetzt etwas länger nicht zu hören sind gemeinsam. Wir machen ja zwei Wochen Pause. Das bedeutet für euch, liebe Leute, dass wir in drei Wochen erst wieder zu hören sind, weil so eine Folge natürlich ein bisschen Vorbereitung auch benötigt. und ja, dann übergebe ich das letzte Wort an dich, Patrick. Danke, Max. Ich bedanke mich auch für deine lieben Worte und kann mich dem Ganzen natürlich nur anschließen. Und eigentlich gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Deswegen halte ich es kurz und sage einfach, ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder vielleicht auch eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr die Episode hier hört. Und verabschiede mich. Leute, wir sehen uns beziehungsweise wir hören uns in drei Wochen. Ich hoffe, ihr seid dann noch dabei. Wir sind es. Und ja, ciao, Leute.